Mein Name ist Renate Schulze. Ich habe Instant Change über eine Bekannte kennengelernt, die üblichen Zufälle und sie erzählte mir von der Methode und ich habe immer noch gedacht, nicht schon wieder eine neue. Jetzt habe ich so viele Methoden in meinem Leben kennengelernt und irgendwie, aber Glaubenssätze völlig aus den Zellen zu ziehen, das hat mich irgendwie doch unheimlich angemacht. Auf jeden Fall kam dann ein Link von ihr, dass ich dann so mal so ein Tagesseminar mitmachen könnte und das habe ich dann einfach mal probiert, neugierig bin ich und habe nur gedacht, wenn das hilft, genau das ist es in meinem Leben, nicht nur in meinem Leben, sondern aber dann wüsste ich, dann hätte ich wirklich etwas, was ich zu 100 Prozent, wo ich sagen könnte, ja genau das ist es so. Ich möchte auch Menschen unterstützen können mit dieser Methode, weil wenn die so hilfreich ist. Okay, neugierig, ich habe versucht Geld zusammen zu bekommen. Ich habe gesagt, ich will gar nicht lange erst gucken, sondern ich will die Ausbildung gleich machen. Und na gut, das Geld habe ich also nicht zusammenbekommen und jetzt habe ich aber erst mal die drei Anwendungen gemacht bei Christine Leichtfeld. Und ja, beim ersten Mal hatte ich erst so dieses Gefühl, naja, hat natürlich wieder nicht geklappt oder hat nicht, du spürst ja nichts. Und am nächsten Tag, aber vor der nächsten, dann merke ich, dass ich schlecht gelaunt bin. Und Christine sagte, naja, klar, da kommt jetzt nochmal alles hoch. So, beim zweiten Mal war ich hinterher sowas von kaputt und fertig, dass ich mich nur noch hingelegt habe und geschlafen. Dann war ein Tag Pause, dann kam die dritte Anwendung. Und ja, auf jeden Fall, da fühlte ich mich dann so richtig, ja, befreit oder leicht oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es war irgendwie was passiert, was ich nicht beschreiben kann. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, ja, ich war so, ich hatte das Gefühl, dass ich offen bin, dass ich, ähm, ich war wie so für Weihnachten so, so aufgeregt, was jetzt passieren wird und, ähm, ja, so in freudiger Erwartung, kann man einfach sagen. Und da bin ich jetzt auch immer noch, das ist eine Woche jetzt her und, äh, ja, ich hoffe, dass der Geldzustrom irgendwann kommt und dann werde ich die Ausbildung machen und werde hoffentlich ganz viel Freude haben und mit dem allem. Aber wie gesagt, jetzt habe ich erstmal alles umgesetzt, bestellt und vielleicht kommt es alles viel schneller, als ich denke. Auf jeden Fall macht mir das große Freude und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn das funktioniert, dass es wirklich das ist. Denn einfach nur Glaubenssätze zu löschen, hatte ich das Gefühl, dass das reicht nicht, wenn es aus den Zellen geholt wird. Das ist das einzige, was mich, wo ich denke, boah, genau das ist es. Okay, ich bin in freudiger Erwartung und hoffe, kann erst später erzählen, was daraus geworden ist. Danke.